ja ok aber gerade jetzt mit den Alphabacks ist das praktisch kann ich gleich Doc oder Rook spielen in der zweiten Runde also als Verteiliger ja du kannst gerne Rook spielen ich habe mit Blackbird trainiert Jungs Blackbird ich nenne ihn aber Blackbird weil ich finde Blackbird ist aber ein schwarzer Vogel der ist ja kein Vogel weißt du? ja aber ich finde ihn auch cooler ah deswegen Beard Blackbeard aber Blackbeard ist Vogel Blackbird ist Vogel was ich nerv? nein alles gut deine Festplatte hättest du mal besser zerstört als zu verkaufen hat schon wieder einer gekauft ja Landwirt kennt ihr auf Instagram TT Moments noch irgendwas ich habe jetzt leider seinen Namen oder ihren Namen vergessen ihr macht immer so von unseren von den TT Leuten so guckt ihr wohl alle Videos und dann in den Videos die Zitate und sowas und macht über uns so Steckbriefe und alles und dann verlinkt ihr ja immer die Leute mit da drauf und das ist mein Zitat heute Zitat des Tages gewesen ich habe Rainbow gespielt und da war auch jemand so lange am Lader und ich saß so boah hat der wieder einen Holzrechner oder irgendwie sowas und von ihm lustig aber ich habe das auch so sarkastisch lustig gesagt ne und dann kam mich als TT wie heißt sie? Zitat des Tages TT Moments warte ich schon mal Fan Fakten? Ne ja doch genau irgendwas mit TT Fan Fakten oder so ja das ist ja fast ähnlich wie Moments TT Fan Fakten genau und der andere ist TT Moments genau naja sehe ich gerade ne leiche ich doch mal heißt denn das da Luke hat hä? Garage nix äh ich glaube oben Büro gut gemacht Hi Pat Ja das ist halt echt bei der Folge waren die Kommentare ziemlich ziemlich übel ey die waren echt übel bei welchen? bei der Folge mit dem Schneidwerk mit dem Hopfen also das fand ich schon mega äh unnice äh das wie ich mein man kann ja äußern irgendwas auch Spaß lustig oder oh manos hast dein Kopf nicht eingeschaltet alles cool ne aber was da manchmal geschrieben wurde ey das ist schon in der Göttellinie einfach ja ohne Scheiß bei dem Schneidwerk nicht sehr alt danke fürs Blut der haut sich schlecht vom Sockel her jeder kann jeder kann man einen schlechten Tag haben und jeder kann da mal Fehler machen das ist alles menschlich und einfach mal gestresst du hast den Kopf nicht frei bäm bist am Arsch ja ohne Scheiß das ist so ätzend äh hier sitzt einer Laser am Fenster einer ist tot wow was von wenn die ganze Zeit layers spielst ist das echt ne Umgewinnung wo ja Leute wir sind jetzt die wüsste nicht wie man das halt wie man das nennt als ich die aufnahmetaste musste hier so einen quatsch machen ja war eine lustige folge das fanden leider nicht alle aber quasi freut mich ungemein wenn du lustig fandest das gibt es doch nicht mir ist halb down ist dahin mir schon dann wäre es dann er hat nämlich richtig überrascht irgendwie kann es sein dass die falsche waffe ich hab kein visier auf mit dem kass nehmen ach so gut ja genau ja oder willst du nehmen dann nehme ich nämlich dog es ist interessant dass du das sagst warum sollte man das für negativ schein verstehe ich nicht paul immer die folge anschaut mal die kommentare darunter an als ich habe bin ja nun nicht der der einfach hier alle kommentare weg löschen außer wenn sie hart beleidigend dann aber schau dir die mal an das ist ich würde also von schlabel lassen was denn oder bei einer anime ist folge bei bei den forts folgen bei den forts folgen gehen sie auch stahl gerade mit dem ton den moment über keine videos waren keine videos werden wahrscheinlich besser gewesen aber man muss es mal so sind es sind ja wenig leute die kommentare jetzt sage ich mal sich aufregen im vergleich zu denen die schauen ja Das Problem war mit dem Ton, ich habe aufgenommen und hatte in meinen Videos keinen Ton, also gar keinen Ton. Und Hitcher war dann so freundlich und hat einfach seine Soundspur über meine Videos gelegt und hat das Ganze noch angepasst und bla, sodass es eben gepasst hat. Und da droppe es auf. Oder? Eine, eine, eine Weste liegt hier noch. Und hat das netterweise angepasst, dass ich quasi noch drei Videos habe. Eine Weste noch da. Ja, ich habe meine. Oh, hole schon. Drohne. Hast du die Weste? Die Drohne. Lebe ich noch? Bin ich tot? Ich sehe nichts. Uhuhu, ich muss hier weg. Ja, einen habe ich. 20 Hallen? Ach, yo. Wer ist Doc? Wo ist Doc? Wo ist Doc? Ich bin Doc. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Manus? Da komme ich nicht hin. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Ich habe es selber geklärt. Aber ich habe es zwar erschossen. Glas sitzt da oben an der Dings und guckt. Oh, da ist ja auch noch Blackbird. Ich lade nach. Feuerschutz. Da fühl sich quasi da oben an der Tür. Glas und Blackbird. Blackbird ist nicht down. Blackbird ist down. Den hatte ich niedergeschossen. Ah, okay. Es war viel Arbeit für Hitcher. Und es ist halt ärgerlich, wenn dann... Noch immer dort. An der Tür, oder was? Ja. Und der Qualität hat es nicht gepasst. Es war Hitcher Soundspur. Aber es war besser einfach wie... Sagen, ja, es ist jetzt halt auch die Türs. Manchmal weiß man es nicht. Egal, wie man es macht. Irgendwie immer falsch. Ja, ist halt blöd, dass die jetzt meinen Sound hören, wenn ich einen Baum fälle und du machst irgendwas anderes. Dann ist das natürlich das Blöde. Ja. Ja, ohne Frage. Aber das war ja klar. Das ist richtig, Landwirt. Der Kommentar, der hat mich eigentlich... Ja, Landwirt hat ja auch so einen schönen Abend, aber der Kommentar, der hat mich echt richtig weggebankt. Oh, da ist draußen noch immer. Brauch jemand eine Heilung? Hitcher? Holmes, ja... Ich, aber zu mir kommst du nicht, ja? Nee. Ja, aber die müssen, die müssen rein und es ist nur noch Klaas. Oh, der hat, äh... Der ist rein, der ist rein, der ist rein zur Tür. Aber denk dran, der zieht dich durch die Smoke. Ja, 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 ja. Oh, da hat der Holmes ge... Was? Hey, Chewie ist er auch da? Ja, klar. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Chewie, ey, das habe ich gar nicht gewusst. Wie geht die an? Doch, die habe ich gar nicht gehört. Aber ich habe gesehen, ob der Chewie von der Seite kommen kann. Wenn ich schon wieder sehe, wer auf Platz 1 ist, ey. Ohne irgendeinem Beitrag. Wer ist denn auf 1? Wer ist denn auf 1? Ich dachte, wer ist denn auf 1? Hitcher. Was? Ja, ein Kill. Ach. Das ist der Retter-Bonus. Haben wir uns wirklich getanzt. Hitcher startet immer mit 500 Punkten. Wegen dem Alter. Ach so, ja, ja, ist der Alter für mich da. Hi, Konferenz. Wer hat denn jetzt hier schon bei Maccas das Macfreezy-Eis gegessen? Ey, das ist total... Meine Kinder haben gesagt, das ekligste Eis, was sie jemals gegessen hat. Echt jetzt? Ja. Ich habe es noch nie probiert. Also, ich habe es ja auch nur durch ein Bild bei dir gesehen. Aber meine Anwälte sind... Aber obwohl die sagte, wollen sie doch Macfreezy dabei haben? Habe ich direkt gesagt... Hätte ich auch auf den Tisch gespuckt, hätte gesagt... Nee, ich habe die ganze Bestellung gecancelt, bin der Burger-Gunter-Farbe-Farbe. Alles, was wir haben, was kostet das, kannst du direkt in Müll hauen und wiedersehen. Ich gehe zur Burger King. Die sind unten. Garage ist frei. Ja, unten. Ich habe sie. Du hast einen Scheißdreck, Junge. Ich habe deine Mama nackt bei mir unterm Tisch, Junge. Boah, Alter, so geil, ey. Wenn du wüsstest, ey. Meine Mama, ey. Du würdest dich mal ansatzweise fertig kriegen, die nur minimals zu befriedigen. Und sie hat gesagt, besser, den sie je hatte. Ja. Sag mal deine Mama, wie sie sich immer auf mir gönnt, ey. Ja, wie sie es auf dich hat. Oh, jetzt will aber jemand auf den ersten Platz hier, der Holmes, ey. Und am Anfang bin ich mir losgelaufen, nochmal in die Drohne, geswitcht und weitergespottet, oder? Dann haben sie einen Wahnsinn, ey. Voll verwirrend, dass man nicht hüpfen kann. Sind sie dann jetzt fertig, Frau? Sind sie jetzt fertig? Warte, ich wollte da durchfusen. Wie bei dir? Tschui! Warte. Mensch, antworte doch mal. Warte. Ich habe gefragt, bei dir, weil es wurde geschossen hier unten. Ich habe die Cam weggemacht. Okay. Damit wir uns nicht sehen. Ja, ist mir schon klar, aber ich wollte einfach nur wissen, ob das bei dir war. Ja, unten, unten, bei mir direkt. Und, Holmes? Da, wo ich jetzt botte, ist der Chunker. Ist noch jemand da, um den Brücken, um das Waffen. Ja, sehr gut. Chunker tot. Sonst niemand im Raum. Er ist down, ich bin down, ich brauche sofort Hilfe. Und, äh, hat sich da lediglich gestattet. Oh nein, bleibt rechts im Gang. Er hat da. Holt, sagt nix mehr. Ja, ist down geschossen, ist down geschossen. Wir können rein. Einer liegt unten. Nur noch ein Gegner durch. Einer Togradgegner. Haben die sich gegenseitig erschossen? Keine Ahnung, was die gemacht haben. Ja, der hat ihn wahrscheinlich mit erschossen, der auf dem Boden lag, oder? Ja, genau. Und? Oh, je. Da lasst euch mal überraschen. Wird, ich halte sehr coole Map mit kaufbaren Objekten und so weiter und so fort. Und, äh, die gibt's quasi erstmal ausschließlich bei uns. Und dann, äh, können wir euch auch ein bisschen was über die Map erzählen, ein bisschen was über die Map zeigen. Und, euch natürlich auch sagen, ab wann die Map für alle zugänglich ist. Jo. Da denke ich ganz lustig werden, also auch bald neues Projekt, was LS benutzt. Oh, yeah. Oh, 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 I like it. LS ist so geil. Peace, LS und so. Oh, aber der Alter, du hast das Schnelldecknis gesehen. Weg da, Frost. Weg da, nein. Du hast das Schnelldecknis. Du bist so doom. Doom, hat jemand geschrieben. Du bist doom. Doom. Ach, ich verstärk einfach das jetzt hier. Ja, ich brauche noch eine Wester. Jo. Eine Drohne. 10 Sekunden. Ich hasse den Raum, hier gibt's so viele Fenster, ja. Ja. Mein Gott. Ohne Garn. Hitschern, mit wie viel DPI spielst du? Bitte? Mit wie viel DPI spielst du? Wie viel was spiel ich? DPI, Mann, ey. Komm, Alter. Was? 1000. 1000. Alle, alle Taubier. Ey, ohne Mist, ey. Ihr Spaß. Ich weiß doch nicht, ey. Ich finde Banus DPI bis jetzt am besten. Also vier Leute bis jetzt geholt. Warte mal kurz. Ich spiele gleich mal mit 1000. Warte mal. Hier ist Fenster auf. Im Fenster salzt sich jemand ab. Bell auch gleich innen. Nein, nein, nein. Kameraübertragung läuft. Mann. Ist der auch tot? Ja. Ja, nice. Der hängt zwischen den beiden Fenstern. Ich glaube, ich weg jetzt. Sind da vorne. Zwei Stück. Einerseits wieder hoch hier. Down, ich bin dauernd. Helfen wir auch noch schnell hoch. Brauch Hilfe. Super. Nice. Dito Handy bereit. Bei mir hier an der Tür. Ja, bin ich da. Angeschossen. Ich glaube, er ist down. Ja. Nur noch ein Gegner übrig. Putz. Wo ist dein letzter? Putz, Junge. Das hält er sich ab bei mir. Nein, nein. Ist wieder rauf. Hat nur Drohne runter. Pass auf, der weiß jetzt, wo du stehst. Ja, ja. Okay. Die machen auch keine Camps kaputt. Klar, Blackbird. Ein Schild von ihm down. Wuh, bitch. Direkt dein Schild. Du hässliches Opfer. Junge. Wer ist auf eins? Wer ist auf eins? Alter, ist nicht ein fachschissener Ernst. Ey, ohne Müssen. Ey. Oh, je. Oh, ich hab mich hochgespottet auf Platz 1. Ich bin da. Ich hab mich hochgespottet auf Platz 1. Oh, ey, ohne Müssen. Siehst du die Kills, mein Freund? Ich halte das nicht mal aus. Teammitgliederboost. 25, geil. So. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich ne Kiste kriege. Ich hab das zwar nur 4%, aber ey, ich bin sehr optimistisch. Ich weiß auf jeden Fall, was ich am Wochenende kriege. Die Kiste deiner Mann. Ah, die Schnauze. Und, und, und? Ja, krieg ich keinen. Okay, ich bin jetzt bei 52,3%. Jetzt bei 6,4%. Hat keiner eine gekriegt? 6,4. Hey, nice. 58,6. Oh, ich hab nicht.